Du brauchst nicht wieder raussetzen, weil du wirst eh wieder Game Mode 2 gesetzt. Oh, ja. Oh, ich bin schon wieder kein Traitor. Agent, ihm ist langweilig, weil er diesmal Traitor ist. Er ist Traitor, das ist zu offensichtlich. Er ist Traitor, Random Kill, Random Kill. Er ist Traitor und müde. Oh, ja, und müde. Der echte. Obwohl, obwohl, Brain haut mit drauf. Brain haut mit drauf. Er ist Traitor, Fabi sagt nichts, er ist Traitor, ihr seid alle Traitor. Hallo, Exxon. Hallo, Exxon, ja, oh, ja. Ja, ich denke, ich bin Traitor. Du hast deinen Pixelfehler. Exxon, du hast einen Pixelfehler in deinem Mund, ne? Nein. Carsten, ich mache nicht die gleiche Pixelfehler. Das ist kein Pixelfehler, das ist ein Cock. Ja, das kann ich euch jetzt mal auch zeigen. Ich habe einen Skin von Nova. Nein, ich stecke wieder im Loch. Großes Dank an sie für den neuen Skin. Brain, hilf mir. Ampe. Das erste Mal, dass du warst. Lauft eure Runde, lauft eure Runde, lauft eure Runde. Nein, ich tue Fabi rausholen. Nein, nein, der bleibt da drin. Nein, weil jeder Kämpfer gegen den Traitor ist, ist nicht frei. Brain, komm zu mit. Du willst du, dass die dir unterlaufen, ich will jetzt mal deinen verbrauchen. Ich will aber, dass einer in dem Loch drin bleibt, das ist viel sicherer. Ich habe nur zwei Kransteak, das ist aufschöhnlich. Ich vertraue Fabi. Ich vertraue Fabi. Ja, dann vertrauen wir nicht. Also Exxon vertraut Brain. Carsten, mitkommen. Brain, vertraust du mir? Ja, Carsten, mitkommen. Okay. Oh Gott. Er wird mich eh töten, ich sehe es jetzt schon kommen. Ich mag dein Lachen nicht, ich mag das nicht. Also wir machen hier noch, äh, weitere Zimmer rein. Pluck, was sagst du? Gemeinschaftsraum oder weitere Zimmer? Hab dich nicht. Es leckt bei mir. Achso, du bleibst stehen, dann leckt's nicht. So, Exxon. Er hat mich angegriffen. Ich hab mich nicht angegriffen, Alter. Ja, und du bist Traitor, okay, jetzt will ich zurück. Ja, WTF, er hat mich angegriffen. Ihr seid bescheuert, jetzt kann ich meine Strategie nicht mehr fahren. Ich wollte wissen, ob Carsten ein Traitor ist und das Wasserloch geht. Wenn er mich umgebracht hätte, wärt ihr zwei noch da gewesen. LOL! Ich glaube, wir werden irgendwann mal in diesen Raum teleportiert. Ein Bildschirm läuft gerade durch die Landschaft. Ich will Eier. Hast du keine Eier? Ich weiß, dass du Eier willst. Fabian, Fabian, ich hab gerade gesehen, du hüpfst in den Teilen rum. Bitte nicht rumhüpfen. Weil sonst bekommst du dein Traitor Zeugs zehnmal. Ernsthaft? Theoretisch gesehen, glaube ich schon. Ja, klar. Dann könnte man Eisenschwerter verteilen und ins Inventar werfen. So, wer will eins, komm. LOL! Exxon, Exxon. LOL, Fabi, Fabi. LOL, Fabi. Okay, schnell, hau ihn, hau ihn, hau ihn. Der hat noch ein Leben oder so. Brain, nichts mehr sagen, wenn du tot bist, ne? Ja, komm. Hi, Brain. Hi, Brain. Willst du Stakes? Ja, okay. Wir machen das nicht mehr. Man sagt nichts mehr, wenn man tot ist, okay? Der ist Traitor. Der ist in der nächsten Runde einfach... Ich fange Traitor. Keine Ahnung. Ja, genau. Ah, müde. Traitor. Mein Gott. Okay. Aha, wo ist denn Brain? Das macht ihn sehr verdächtig. Wir müssen erst mal rein spielen. Mal gucken, ob er mich auch verdächtigt. Fabian geht weg, er ist sehr verdächtig. Ich bin auf dem Baum und ihr folgt mir die ganze Zeit. Ja, weil du der Traitor bist. Nein. Doch. Ah, wo ist Brain? Brain, wo bist du? Exxon weiß ganz genau, dass das ist. Alter, Fabi greift mich an. Mit ner Hand. Ja, trotzdem. Exxon überreagiert. Exxon überreagiert, er muss getötet werden. Ja, trotzdem, Alter. Das heißt schon was? Er regt sich über die Menschen auf, weil er jetzt mal Traitor ist seit langer Zeit. Ja, ist so. Ja, deswegen müssen wir ihn mal töten, weil wenn er jetzt Traitor ist, dann ist das ganz schön scheiße. Carsten, deine Stimme gefällt mir nicht. Mir gefällt die ganze Zeit meine Stimme nicht. Du hast so ne miese, böse Traitor-Stimme. Ja. Ich denke, die Laterne war nicht genehm mit diesem Weg. Die Andi Raung, die hier auch nicht. Rettet die Wale. Rettet die Wale. Deswegen holzen wir Wälder ab. Müssen sie nur beschädigen. Ja. So. Sorry, Fabi hittet mich. Alter, Fabi. Ich hitte dich gar nicht. Okay, Exxon. Exxon. Nein, aber richtig, das ist das Wahnsinn. Das ist das Wahnsinn Schmerz, Carsten. Was? Okay, Fabi, ist es. Nein. Doch, Fabi. Nein, er hat mich nicht gehittert. Wirklich. Er greift mich weiter an. Er schwört, dass er keinen Penis hat. Wirklich, ich glaub dir. Er greift mich weiter an. Das ist alles wie so ein... Wo ist Brain jetzt im Ernst? Hier sehen wir meine Sachen. Brain, wo bist du? Da war ein Eisenschwert bei. Ja, da war ein Eisenschwert bei. Er hat mich voll erwischt. Er hat mich voll enttarnt. Auf Kaffen. Ja, wenn du mich angreifst, dann weiß ich, dass du Traitor bist. So, mal gucken, was... Wieso greifst du mich an, Brain? Exxon, es ist Eisenschwert, Eisenschwert, verpiss dich, verpiss dich. Brain, Noel. Kaffen, 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 Noel. Lol, Brain hat mich angegriffen. Ich bin wirklich schlecht, Exxon. Alter, Brain hat mich angegriffen. Er hat mich Eisenschwert, echt. Ja, er hat mich verschossen. Das war aber genau meine Strategie. Das war genau meine Strategie, dass wirklich einer von euch da reinkommt und gucken, was er macht, weil ich stand im Wasser im Kanal. Ich hätte nicht fliehen können. Ja, warte, ich komme von unten. Oh, das hätte ich nicht sagen dürfen. Ich bin mal kurz AFK, ne? Sag mal, Karsten, du Mongo. Nein, nein, oh, fuck. Exxon. Exxon hat zum ersten Mal nicht gewonnen. Hauptsache, hätte Brain das nicht geschrieben, ne? Hätte ich's nicht gelesen. Ja, ist.